Hi Chucky, herzlich willkommen hier beim Positive Leader Network und du hast den weiten Weg gemacht von München hier in den mittelfränkischen Raum. Erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du und was machst du? Ich bin Jacqueline Bell, ich bin Moderatorin beim Bayerischen Rundfunk bei Bayern 3, habe da meine Nachmittagssendung 16 bis 19 Uhr, spreche schon synchron, seitdem ich zwölf bin, also Live-Stars wie Lady Gaga, meine Stimme in der deutschen Version und bin viel im Bereich Podcast unterwegs, FC Bayern Podcast hoste ich zum Beispiel oder ein True Crime Podcast und ja, wir sind da deutschlandweit auf Tour und alles eigentlich, was mit Stimme und Präsentation zu tun hat, das sage ich hier. Ja, also sehr spannend, das heißt, du hast ein sehr breites Feld, wo du unterwegs bist, das heißt, du bist im Unternehmertum auch zu Hause, was hat dich denn da hingebracht? Ich glaube, sehr viel Offenheit am Ende, ich habe viel ausprobiert, habe irgendwann gemerkt, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, mir hat es tatsächlich auch viel gebracht, ich habe Pharmazie studiert, so dieses Backup für mich zu haben, dieses Sicherheitsding, da konnte ich dann meinen Haken hin machen und dann war, wo zieht mich mein Herz letzten Endes hin und ich glaube, ich bin an alle Sachen sehr offen, sehr positiv rangegangen und habe wenig Gedanken in Form von, die man ja auch manchmal von den Eltern oder von Freunden hat, aber, und hast du dir das überlegt? Darauf habe ich immer relativ wenig geachtet, habe mich reingeworfen in die Situation und ich glaube, das ist mein persönliches Erfolgsrezept gewesen, Dinge auszuprobieren und dann zu sehen, wo es einen hintreibt und ich glaube, wenn man ein positives Mindset hat, dass dann auch viele Dinge zu einem kommen, dass das einfach so passiert und man irgendwie, wie man sagt, im Flow ist, auf dieser Welle einfach reitet. Gab es auf deinem Weg, den du gemacht hast, auch so Meilensteine, vielleicht auch so Negativerlebnisse, die dich zu dem gemacht haben, was du heute bist? Definitiv, also ich glaube, ohne Niederlagen geht es auch nicht und man hat, jeder wahrscheinlich hat immer wieder mit sich zu kämpfen, auch dieses, was hat man selber, diese, wo kommt das her, dass du so arbeitest, wie du arbeitest. Jeder hat ja eigene Glaubenssätze, da auch immer wieder in diese Vogelperspektive zu gehen und sich selber immer wieder zu reflektieren, ist, glaube ich, super wichtig und ich hatte auch viele Niederlagen, also Dinge, x-tausend Castings, die man nicht gewonnen hat und man sagt, die Rolle wollte ich unbedingt sprechen und dann hat man sich so dran festgeklammert manchmal auch und warum habe ich das jetzt nicht bekommen und dann merkt man irgendwann, man lässt los und dann kommen Dinge einfach, vielleicht später, ein, zwei Jahre später oder Shows im Radio, wo man in Castings drin war, die man dann doch nicht bekommen hat. Also da habe ich ganz viele, ganz viele Niederlagen, ich will sie immer gar nicht als Niederlagen bezeichnen, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, das als einen Punkt zu sehen, wo man sagt, es war in dem Moment einfach vielleicht auch noch nicht das Richtige. Also das ist mir danach auch ganz oft bewusst geworden, ich mir dachte, ja stimmt, es war viel besser, dass es so gelaufen ist und jetzt bist du an dem Punkt und jetzt bist du auch eine ganz andere Persönlichkeit oder kannst diesen Job ganz anders ausfüllen, als du es vielleicht damals vor fünf Jahren hättest machen können. Wow, du hast Glaubenssätze angesprochen. Was machst du, um deine Glaubenssätze zu justieren oder anzupassen, wenn notwendig? Ich schaue sehr darauf, wie ich mit mir ins Gericht gehe. Also das ist ja manchmal, man ist ja sehr schnell drin zu sagen, ach, das hast du jetzt nicht gut gemacht. Also diese innere Stimme, woher auch immer sie kommt, dass man kritisch mit sich selbst ist und auch, also ich bin ein Mensch, ich bin sehr selbstkritisch und das immer wieder von außen zu betrachten und zu sehen, ah, okay, nein, nein, du hast das super gemacht. Das ist jetzt wieder nur dein kleines Teufelchen, das dir auf der Schulter sitzt und dir sagt, das hättest du aber noch besser machen können. Und das war für mich tatsächlich ein super wichtiger Punkt, immer wieder dieses Rausgehen. Und was würde ich einer Freundin raten? Das habe ich mir auch ganz oft, stelle ich mir diese Frage, was würdest du jetzt einer Freundin sagen in dieser Situation? Und da würdest du mit Sicherheit nicht sagen, ah, das hättest du aber jetzt noch ein bisschen besser machen können, ja, sondern du würdest dir eigentlich sagen, hey, das hast du auch toll gemacht und ja, ist noch Luft nach oben, die nächsten zehn Prozent holen wir das nächste Mal raus. Positiv denken letzten Endes, deine Denkweisen umstellen. Okay, also das ist, glaube ich, ein wahnsinnig guter Tipp. So, was würde man seiner Freundin oder seinem Freund sagen, indem man sich in die Situation des Anderen begibt? Lieb sein zu sich selbst, ja. Wie wichtig würdest du da sagen, ist das persönliche Umfeld? Sehr wichtig. Also ich wurde von meinen Eltern schon als ein, ja, als ein sehr selbstbewusster Mensch erzogen und mit sehr viel Liebe. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses, die Liebe, die du kriegst, auch von anderen Menschen, dass die dich in allem bestärkt. Also dein Umfeld ist wichtig, sehr, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wenn du jetzt anders aufgewachsen bist und das so nicht erfahren hast, mit viel Selbstbewusstsein aufzuwachsen und dieses, du kannst alles machen. Also meine Eltern haben zu mir, sie waren natürlich stolz, dass sie gesagt, dass ich gesagt habe, ich mache noch dieses Pharmaziestudium. Aber am Ende haben sie gesagt, hey, mach, was dich glücklich macht. Und ich weiß auch, dass Kinder da anders aufgewachsen sind, dass es vielleicht Eltern gibt, die mehr pushy sind und die da vielleicht nicht dieses, ach, Kündchen, mach mal, was du willst, du kriegst es schon hin. Aber das ist natürlich schon ein großer Teil gewesen. Und ich glaube auch, da haben wir uns ja vorhin auch schon drüber unterhalten, dass man oft Menschen um sich rum hat, die sagen, ach, bist du dir da sicher? Und hast du an das gedacht? Und hier, also diese, wie will man sie bezeichnen, diese, ich sage es mal nett, die Realisten. Und ich glaube, wenn du zu viele Menschen um dich rum hast, die sehr realistisch sind und die dich vielleicht auch beeinflussen können, dann machst du viele Dinge nicht. Und ich glaube nur, wenn du Dinge machst, dann kannst du auch in einer Sache Erfolg haben. Also dieses, mach es einfach und wenn es nicht funktioniert, ja, dann lernst du wieder irgendwas draus, was dich im Leben vielleicht auch irgendwo weiterbringt. Was sagst du Menschen, die dich zum Beispiel zurückhalten in dem, was du vorhast, in deinen Plänen? Gibt es da welche, wo du denen eine Antwort gibst? Ich höre es mir an und ich finde es auch gut, mir das anzuhören, weil es ja manchmal, sage ich jetzt mal, Kritikpunkte sind oder Dinge, die ich mir auch wieder mitnehmen kann. Aber ich habe gelernt zu sehen, welche Kritik bringt mir was und wer zieht mich einfach noch runter. Und es gibt, ich glaube, jeder kennt diese Menschen, diese, ich sage jetzt mal, Energiesauger, wo ich dann einfach den Kontakt tatsächlich ein bisschen reduziere in dem Bereich. Also was droppe ich? Das kann man ja selber in einem Gespräch sich ausruhen. Frage ich jemanden um die Meinung oder sage ich vielleicht, hey, das ist jetzt ein Mensch, da weiß ich, der zieht mich vielleicht in dem Bereich zu viel runter. Dann quatsche ich mit dem über, weiß ich, fünf, sechs, sieben andere Themen, die mich auch bewegen. Okay, sehr spannend. Du hast ja, also du machst ja deine ganzen Businesses nicht alleine. Hast du auch ein Team? Ich habe mittlerweile ein Team. Ich habe eine ganz tolle Freundin von mir, die mittlerweile meine Termine koordiniert, meine Rechnung schreibt. Und das war auch ein ganz essentieller Schritt für mich, den ich lange nicht gegangen bin, weil ich immer gesagt habe, ach, das kann ich nicht abgeben. Das heißt, ich kenne das, ich kenne die Leute seit Ewigkeiten und das muss ich machen. Und dieser Schritt, als ich dann gesagt habe, hey, hast du Lust, dass wir zusammenarbeiten, dass du mir da einfach einen Teil abnimmst, der mich teilweise überfordert, weil ich den ganzen Tag im Studio bin und dann habe ich noch gefühlt 3000 Mails und Anrufe und den muss ich noch zurückschreiben und dann noch Rechnung. Und das ist das größte Geschenk überhaupt, dass ich da jemanden jetzt an meiner Seite habe, mit dem ich das einfach teilen kann. Und das ist ihre absolute Stärke. Sie geht total drin auf. Für mich war es immer ein Ballast. Und ich habe viele Menschen, natürlich auch eine Agentur an der Seite und auch ein Management, die mich teilweise beraten, aber da auch Dinge abzugeben, die man einfach nicht so gut kann wie andere. Das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Schritt und das hat mich total bereichert und gibt mir total viel Freiheit. Wow, okay. Was würdest du jungen Unternehmerinnen denn für einen Tipp mit auf den Weg geben? Offen sein? Also Dinge machen. Und ich weiß, es ist oft nicht leicht, weil man, um eine Sache zu machen, vielleicht auch manchmal was anderes aufgeben muss. Und ich verstehe es total, dass man jetzt nicht von heute auf morgen sagt, ach, ich mache mich jetzt selbstständig und ich breche jetzt alles ab. Aber Dinge anzugehen, die man vielleicht auch erst mal kleine Schritte nebenbei macht, wenn man sich selbstständig machen will, dass man weiß, wenn das Herz dafür schlägt, dann hat man schon eine ziemlich gute Chance, dass das was Großes werden könnte, weil du dann dahinter bist, weil du Bock drauf hast. Und wir kennen das alle aus der Schule. Damals dachte ich mir immer so, ach, und das interessiert mich alles nicht. Und jetzt lese ich mir manchmal, ich lese mir freiwillig Bücher durch, weil ich sage, boah, geil, das Thema interessiert mich. Und das ist ja bei einer Selbstständigkeit auch, wenn man dahinter steht und du Bock auf eine Sache hast, kann ich nur jedem sagen, es ist das schönste Gefühl, in der Früh aufzuwachen und zu sagen, geil, ich habe Bock auf meinen Job. Keine Frage, es gibt auch Tage, wo man sagt, boah, jetzt würde ich gerne lieber im Bett liegen bleiben. Aber es einfach anzugehen, es einfach zu machen und es nicht gleich sagen, ich kündige meinen Job und ich werfe jetzt alles dahin, sondern Step by Step, ganz, ganz kleine Schritte. Und irgendwann fühlt man sich, hat man dann vielleicht diese Sicherheit zu sagen, okay, jetzt schaffe ich den Absprung. Und wenn es nichts wird, who cares, was passiert am Ende? Dann muss man sich vielleicht mal einschränken, weil es finanziell eng wird. Aber immer sich vielleicht auch zu fragen, was ist denn der Worst Case? Gerade bei uns in Deutschland, was ist denn das Allerschlimmste, was passieren kann? Dann bin ich vielleicht arbeitslos und dann kann ich jederzeit wieder in meinen alten Job einsteigen. Also Geduld, Beharrlichkeit und wenn man hinfällt, aufstehen. Richtig. Und machen. Und machen. Machen. Okay, das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich habe aber noch ein, zwei Fragen. Aber, ja, du wirkst ja sehr energetisch, hast eine tolle Ausstrahlung. Was machst du denn für dich und für deinen Körper? Guter Punkt und auch ein Punkt, an den ich erst kommen musste. Ich habe lang wenig für mich gemacht und habe mich immer hinten angestellt und habe jetzt in den letzten Jahren gemerkt, wo ich auch mal Situationen hatte, wo es mir ein bisschen zu viel geworden ist. Manche sagen vielleicht Burnout. Das würde ich jetzt so, wurde bei mir nicht das diagnostiziert, aber ich war schon durch. Und dann habe ich irgendwann auch gemerkt, okay, ich muss mir diese Termine mit mir selber auch einstellen. Ich muss mir die machen. Ich war immer viel unterwegs und mir gibt auch mein Freundeskreis und mein Umfeld viel. Ich bin viel unterwegs und habe dann auch Bock in der Zeit, wenn ich zu Hause bin, meine Leute zu sehen und habe da auch irgendwann vergessen, okay, du brauchst aber auch ein bisschen Zeit für dich selber. Und ich versuche regelmäßig Yoga zu machen, funktioniert auch nicht immer. Ich schreibe mir tatsächlich jeden Morgen und jeden Abend, ich habe so ein Dankbarkeitstagebuch, sechs Minuten Tagebuch heißt das, um mich immer wieder darauf zu fokussieren. Okay, geil, was habe ich eigentlich? Wie geil ist eigentlich mein Leben morgens und abends? Das ist was, diese Zeit, die ich mir für mich gönne. Und dann auch manchmal einfach Nein zu sagen, also nicht mehr auf jeder Hochzeit zu tanzen, das habe ich gelernt, das habe ich früher zu viel gemacht und habe dann auch gemerkt, ich konnte eigentlich gar nichts mitnehmen. Also dieses mehr im Augenblick sein, dafür vielleicht mal eine Sache absagen, aber mehr da sein. Wenn du dann etwas machst, einfach am Start sein und nicht schon daran denken, oh, ich muss ja eigentlich in einer Stunde schon wieder weiter. So dann im Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt zu sein, ja. Bücher hattest du angesprochen. Willst du vielleicht mal drei Buchtipps geben, die dich dahin gebracht haben? Die mich dahin gebracht haben, drei Buchtipps. Also dieses Sechs-Minuten-Tagebuch würde ich reinwerfen, weil da auch ein großer Teil mit dabei ist am Anfang, wo man sich sehr viel Inspiration holen kann. Ich habe auch vielleicht für junge Unternehmerinnen, für Frauen einen Buchtipp von einer Freundin von mir, die ein Buch geschrieben hat, was ich gerne am Anfang meiner Karriere gewusst hätte. Sie ist in einer Führungsposition bei Bertelsmann und es ist total interessant, da auch Input zu bekommen, gerade als Frau, weil es in der Manager-Ebene ja auch nicht immer ganz leicht ist, sich da durchzusetzen. Den würde ich noch gerne mitgeben. Und ich lese gerade ein Buch, da bin ich aber tatsächlich noch nicht fertig. Die zehn Prozent, die mich glücklicher gemacht haben, müsste ich vielleicht nochmal, vielleicht packen wir es in die Shownotes, damit ich nochmal einen richtigen Titel habe. Und in diesem Buch geht es auch ganz viel drum, um ganz einfache Methoden, die dich am Ende glücklicher machen. Also ich liebe immer Psychologie-Bücher und da gibt es ein paar, vielleicht füge ich die danach noch dazu. Positive Ideen, gute Laune. Ja, okay, super. Dann vielleicht letzte Frage, was stand heute Morgen in deinem Sechs-Minuten-Tagebuch? Aha, gute Frage. Heute Morgen stand drin, dass ich dankbar bin, dass ich einen sehr schönen Urlaub hatte in den letzten zwei Wochen. Dass ich dankbar bin, dass ich eingeschlafen bin wie ein Stein und acht Stunden einfach durchgeschlafen habe. Also es sind auch diese kleinen Sachen. Und dass ich dankbar bin, heute hier zu sein, stand tatsächlich. Also wir haben heute hier ein kleines Event gehabt und da stand auch im Tagebuch, dass ich mich bedanke, dass ich den Job ausführen kann und ich mich freue heute auf alles, was kommt. Super, okay, wow, mega. Vielen Dank, waren einige coole Sachen dabei. Hat mich sehr gefreut. Danke dir, Flo. Super. Mich auch. Danke schön. Danke schön.